Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der mittlerweile schon dritten Folge Minecraft, sorry, let's play. Wir drücken jetzt hier gleich auf weiter. Was ich nochmal ganz kurz sagen möchte, in der letzten Folge ging es hier wirklich richtig ab. Luke ist im Keller und wird gerade von einem Eisengrolem angegriffen. Wir haben einen Typen verfolgt, der uns den Diamant nicht geben wollte, der den Diamanten quasi durch Lapis ersetzt hat und der möchte eben einen Ritter erschaffen. Das hat er in der letzten Folge auch gemacht. Und ja, jetzt ist es halt unser Ziel, ihn aufzuhalten mit unserem Helden, den wir gefragt haben, Gabriel. Oh Gott, ey. Was ist das für ein Vieh? Das ist doch nicht mehr normal. Oh nein. Die werden jetzt alle gefangen. Oh oh. Oh oh. Muss wir irgendwas drücken? Mit W. Mit W, okay. Wir müssen hier raus. Okay. Oh 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 oh. Geht's mir gut? Geht's mir gut? Ich weiß es nicht. Ich bin mir das Helden auch nicht so ganz sicher. Oh Gott. So. Müssen wir hier voll im Parkour laufen oder was? Ah. Lucas ist in Ordnung. Okay. Nein. Schnell weg hier. Haus. Nein. Nein. Oh Gott. Ich kann nicht aufhören. Ah. Nein. Ah. Okay, das war knapp. Das war knapp. Ey, ich dachte gerade echt, wir verlieren Petra. Weiter geht's. Alter, das ist doch kein normaler Widder mehr. Nein, unser schönes Gebilde ist weg. Unser Creep. Ja, well, now we're even. Gibt's hier nicht? Ne, der zerstört alles. Oh oh. Und wer ist die umgehste Hindernisse? Oh oh. Nein. Oh mein Gott. Oh. Gut. Zu dem Parkour hätten wir da mal geschafft. Aber dieser, dieser Widder oder was auch immer das sein soll, ist nur unsicherer, nicht im Anfang. Das ist ja schon ziemlich krass. Jedenfalls ziemlich Action hier. Oh oh. So. Warum will der nur dieser kleinen Menschmengel hinterher? Wahrscheinlich nur wegen uns oder wegen Gabriel. Das finde ich dann aber schon echt ein bisschen krass. Uuuuh. Und hier drüber. Oh oh. Und? Ehe. Achtung. Das war knapp. Alter, wie viele Dinger hier, ne? Ich hab grad echt ein bisschen zu... Okay. Weiter da. Jetzt ab ins Gebäude. Ich hoffe, da bekommen wir uns. Okay. Das ist aus Obsidian. Das heißt, es kann uns nichts passieren. Oh oh. Rein da. Gabriel, komm. Oh oh. Jetzt glaub ich, gehen wir in den Netter. Ah, wir haben aber ein Feuerzeug. Wir haben Flint dabei. Wir machen's jetzt einfach. Okay. Oh oh. Gabriel. Gabriel. Du musst mit uns kommen. Komm her. Und wir ziehen an mit Kuh. Wir ziehen an. So. Nahami. Oh nein. Die anderen, die wurden halt jetzt umgekletscht. Die anderen von Helden wahrscheinlich. Die anderen haben wir schon seit Jahren verloren. Aber die anderen. Du musst sie auszutauschen. Geh dieses Amulet. Und schau es mit deinem Leben. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Weg hier. Nein. Petrol. Man kann also auch mit VASD in den Fallen. Okay. Also diese Pfeiltasten-Fulder klappen dann genauso. Okay. Lass dich nicht zurück. Gibt's auch nicht hier. Nein. Gabriel. Bleib hier. Oh oh. Nein. Das gibt's auch nicht. Wie bekomme ich die jetzt runter? Oh oh. Oh oh. Zu ihm. Komm her. Okay. Gabriel haben wir. Ach was. Hör. Nein. Als ob. Nein. Oh. Jetzt hat er uns da ins Portal geschleudert. So ne Kacke ey. Jetzt sind wir im Netter. We did everything we could. What are you saying? Is he just dead? Jesse? What is he talking about? Because it doesn't sound. Why don't you tell them Lucas? I got scared. Just for a second. You got scared? It wasn't my fault. You got scared and it's not your fault? Back off Axel. Oh Gott. We gotta go back. No. We just have to wait. Think about what you're walking into. Ne. Wir müssen zurück. She just needs more time. Ne. We need to go back. We need our Elf. We're going. Hey. There she is. Come on. Come on. Was? Dieser dumme Typ. Oh Gott. Äh. Yo. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Jetzt sind wir hier gefangen. Für immer wahrscheinlich. So wie es aussieht. Nur wegen Eifor diesen Idioten. Bam. Bam. Ja. The girl. I saw her. What? While I was running toward the portal, I passed her. She was running in the opposite direction. Such bravery. Of course. There's a fine line between bravery and stupidity. And your friend has crossed it. Unser Freund steckt mich schwierig zu halten. Because of you. We're trapped in the nether because of you. You have much bigger problems. to contend with. Through that tunnel is a network of minecars built by the order of the stone. It's your only way out. We should go that way. Time's wasting. Let's go. Äh. Lass uns in Ruhe. I didn't remember asking for your help? It's not for my sake. Yeah. Well. Keep it to yourself. There's nothing left up there. Nothing but that monster. Oh oh. Ein Gast. What was that? I would wish you good luck, but luck was it. It won't carry you through the nether. You have my sympathies. Was tut der? Als ob... Hat der jetzt ernsthaft einen Unsichtbarkeitsdrank gesoffen? Er ist so eine Sau. Let's get out of here. Run! Okay, jetzt müssen wir wieder laufen. Und dann sind hier auch noch so Zombie-Pigmen. Die eigentlich aber nichts tun, wenn man die nicht angreift. Aber ich weiß ja nicht, wie das hier... Nein! Schnell! Runter! Und jetzt in die... Los fahren! Es geht los! Wir starten! Sorry, ich mache jetzt die ganze Zeit Screenshots, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, was ich als Thumbnail nehmen könnte. Weil alles sieht einfach so toll aus. Oh oh! Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Hände in die Luft! Oh crap! You weren't kidding! Here we go! Yeah! Have fun, GG! Good luck! Das sieht episch aus. Vor allem Petra. Äh, ist irgendwo und wir haben hier... Wir fangen hier mit der Achterbahn. Oh Gott. Okay, so I'm not the only one seeing that we're running out of track, right? Oh oh, ernsthaft jetzt? Oh oh, wir... Oh oh, wir brauchen... Oh oh, Arms don't fail me now. Yes! Oh Gott, jetzt werden die Leute getrunken. Oh oh. Jetzt wird jeder in einen Einzelnen weg. Och nee, scheiße. Nein! Was? Ruben! Ey, bist du bescha... Ey, ist das denn schreckend? Stimmt, du... Fuck. So. Komm her, Ruben. Okay, Ruben, remember how I said everything was gonna be just fine before? I know I was wrong then, but... I have a very good... Oh oh. Aufpassen. Jetzt kommt noch die... Duck! Really? Ich bekomme doch einen Erfolg, wenn ich die töte so. Ah scheiße, das hat mich das auch noch getroffen. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Alter, das war knapp. Ich... Einmal hat es mich getroffen. Ich weiß nicht mehr, was passiert, wenn man hier stirbt. Oh oh. Oh crap. Nein. Oh oh. Nein. Und jetzt? Das sieht aus wie bei E.T. Okay, jetzt sind wir wieder alle zusammen. Und das ist schön. Oh Gott. Zum Glück leben wir noch. Oh, guck mal. So, wo geht's hin? Wir sind so tief. Eigentlich wollten wir doch nur auf die Endercon und einfach Gabriel treffen. Und was ist? Jetzt stecken wir hier in Netherfest. So, wie, in deinem Körper? Uh-huh. Ich weiß, weil ich einfach nur fünfmal gemacht habe. Wow. Look at this place. All diese Tracks converge an dieser Punkt. Du kannst wahrscheinlich kommen zu einem anderen Welt, von hier. Da ist der Portal. Das stimmt, wir könnten nämlich wo ganz anders rauskommen dann. Aber ich würde, ich würde es einfach jetzt mal riskieren. Thanks for being so brave, Axel. Alright, I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. Oh oh. Like right right now. Ich gehe vor. Ich möchte aber vorgehen. Jetzt rein mit mir. Und dann schauen. Nein. Ruben. Was muss ich hier machen? Okay, Leute. Jetzt gehen wir rein. Oh oh. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Oh oh. So. Wo sind wir hier? Oh oh. Zombie. Und? Katze. Alter, der macht Damage. Was ist denn mit dem Fall? Alter Schwede, ich frage ja auch nicht mehr, glaube ich. Okay, die anderen kommen auch. Okay. Ah, da kommt eine Spinne hoch. Ich hab's ganz genau gesehen. Oh oh. Ich hab's gesagt. No, Ivor gesagt. Well then maybe this is the tempest. I'm being sarcastic. Axel, come on. We have to build a shelter. I thought that was what I said, but uh. You're right. We should hurry. I say we build a tree house. Ja, wir müssen. Ja, finde ich auch. Und we'll be exposed while we do it. We just need a quick and dirty hut. Whatever it is, we gotta do it fast. Lass uns einfach jetzt was bauen. In a hut, we won't know what's coming. Ich hätte Bock auf dem Baumhaus. Let's go to the tree house. It's functional. It'll keep us out of danger. It's not a bad idea. All right. Ich will nämlich in ein Baumhaus. In einem Baumhaus da oben. Der ist sicherlich chillig. Und dann bauen wir uns noch so eine Laterne oder so. Dankeschön. Echt nett von dir, Lucas. So. Dann geht's los. Dann bauen wir uns hier erstmal super ein wunderschönes Baumhaus hier. Ich kann nie besser bauen als ich. Aber es sieht echt nice aus. Naja, wenn wir hätten die schon machen können, oder? Das haben die auch schön gemacht hier. Die tun mir irgendwie voll leid. Vor allem Petra. Ich habe Cookies. Oh, Cookies. Eine für mich. Eine für Olivia. Eine für Jesse. Danke schön. Ich finde den Namen Axel oder Axel. So ein bisschen wie man Axel-Ding. Bin ich der Einzige? Ich weiß ganz genau, was du hier möchtest. Nein, nein. Ich... Ich kann das nicht. Ich versuchte. Danke, Jesse. Kennt ihr das? Wenn man dann immer so sagt, nee, nee, ich will nicht. Aber in Inneren denkt man sich so, gib her. Kennt ihr das? So war es bestimmt jetzt auch geil für Lucas. Oh, es hat sich so pisst, ey. Ja, wir werden Petra noch nie. Es hat nichts lustig über das. Petra wouldn't mind at all. Sie würde uns zu halten, wir müssen unsere Spirits aufhalten. Wenn ich sie wäre, ich weiß, es fühlt sich falsch. Okay. Okay. Dann, uh, wir müssen uns ein bisschen resten. Wir müssen uns nachdenken, für den Tempel so früh wie wir können. Now, mein Wiesbuss ist, wenn wir in der Portal und irgendwie verletzten... Oh, was du machst? Ich habe etwas mit dir gemacht? Ich würde wirklich wissen, weil du immer auf meine Behandlung für was, wie keine Grund. Er ist nur versucht, zu helfen. See? Ich bin sorry, Jesse. Ich werde nicht hier sitzen und listen zu diesem Mann, erzählen uns was was. Ich habe nur versucht, zu morgen bereit sein. So funny. Der hilft uns. Axel, es reicht. Alter, als ob die sich jetzt gleich boxen. Du bleibst bei uns. Du hast so etwas aufgehalten. Das war knapp. Ich dachte jetzt gerade, echt, der haut ab, wenn der auf einmal weg gewesen wäre. Ein neuer Tag, neues Glück. Jetzt hoffen wir mal, dass wir heute endlich mal ein Stückchen weiterkommen hier. Unser Baumhaus sieht mittelmäßig aus, würde ich sagen. Hauptsache unten die schönen Deko-Verzierungen hier mit den Ästen, aber keine Mauer oder sowas. Oder ein Dach. Finde ich ja aber sehr, sehr cool gemacht. Also, ich muss sagen, es flasht mich echt das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich dachte mir ja, dass ich jetzt schon eine Episode durch hätte nach 30 Minuten, aber das stimmt doch gar nicht. Sorry about all that business last night. Honestly, I'm just... I'm more embarrassed than anything else. Smile. Hey! There's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Weil wir sind jetzt ja irgendwo auf dieser Welt, ne? Durch das Portal eben. Jetzt sind wir halt hier irgendwo. Dann klettern wir hier mal hoch. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal einfach schön an. Ruben. Warten wir noch. Wir sollten vorsichtig sein. Ich glaube, das ist der Tempel. Es sieht zumindest so aus. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Tempel of the Order of the Stone. Ja, das kann so nicht sein. Lucas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how Dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Dann gehen wir mal schnell nach vorne. Zack. Mit Shift kann ich, glaube ich, schneller gehen, oder? Ja. Genau. Mit Shift gehe ich nämlich so ein bisschen schneller. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt gleich irgendwie so ein Ding rauskommt oder so. Oh, oh. Warum schweig. Nein. Also, bleib doch stehen. Nein. Eaktiviert doch die Fallen. Das ist wahrscheinlich nicht ein gutes Ding. Oh, oh. Oh, oh. Was sind das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Das war knapp. Aber sowas gab es in manchen PvP-Situationen auch schon. Gott, ey. Wir haben noch Fäden von der Spinne. Bogen. Ein Stück von String. All I have are some Chicken Feathers I picked up after that Chicken Machine exploded. Ja. Einen Bogen vielleicht, oder? Oh, and some String. Weil, dann könnten wir mit dem Pfeil doch drauf schießen. String, Sticks, Lint and Feathers. Oder eine Angel oder so. Ich habe keine Ahnung. Rezepte. Ja, ein Bogen. Ich habe es leider auch gesagt. Ein Bogen. Zack. 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 Und die drei Fäden. Was war das? Weil, es ist logisch, dass wir einen Bogen brauchen. Weil, dann können wir da eben drauf schießen damit. Äh. Zack. Zack. So, und jetzt haben wir noch einen Pfeil. Das ist nice. Let's do this. Bam. Shot. Nice. Alright. So einfach geht das. Ich mag die Musik auch. Die ist sehr mystery und die gefällt. Sieht wirklich aus wie der Keller von Ivor. Aber schauen wir jetzt mal um Lukas. Lukas. Ich glaube, das können wir ja nicht. Dann müssen wir hier nach... Oh. Ein Verzauberungstisch. Vielleicht kann ich ja... Ich habe noch Larpis. Moment. Ich habe noch Larpis von einem Typen. Erstaat den Diamanten. Normalerweise. Oder hat den Petra. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber dann könnten wir vielleicht unser Schwert verzaubern. Oh. 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 Eivor war ein Mitglied der Ordnung der Steine? Die Geschichte haben ihn nie immer erwähnt. Das ist so verrückt. Das könnte sich erklären, warum Eivor so eine Gründe gegen Gabriel hatte. Sie lieben uns. Sie lieben uns der ganze Welt. Warum würden sie das tun? Man hätte sich das aber irgendwie schon denken können, dass er auch ein Mitglied war und das halt dann auch so sauer war. Die Ordnung könnte nicht sein, was wir dachten, aber Petra ist noch da drin. Das Monster ist noch da drin. Jesse ist richtig. Wir müssen uns auf dem, was wir hierher tun haben. Wo gehen diese Stände? Würde mich auch interessieren. Nur eine Möglichkeit ist er auszufinden. Also würde ich sagen, talken wir gar nicht lange, sondern gehen gleich mal hoch. Nun wurde das rausgezogen hier. Wir gucken jetzt erstmal auf die Karte. Axel, was sagst du? Nichts, was auch immer. Axel? Der ist so pisst, ey. Ich weiß, dass sie gut sein wird, aber ich war nur interessiert. Wir werden sie finden. Wir werden sie finden. Wir werden Petra finden, macht er da keine Sorgen. Du kannst was riechen da. In diesem Buch? Das nur was, was ich so farb gefunden habe, ist, dass das Amulett benutzt wurde, um die Positionen der Mitglieder der Ordnung zu vertreten. Und wie betrifft es das, wie? Es ist weniger technisch und historisch. Okay, vielleicht müssen wir das Amulett auf den Podest legen, würde ich jetzt so sagen, aber... Oh, oder guck mal. Da reinstecken, oder? Amulett verwenden. Ja. Ist ja auch logisch. Und jetzt? Gehen wir mal hier rüber. Hier, oh Ruben, was ist denn los? Oh, kein Ding, Ruben. Macht nix. Olivia. Ich hoffe, wir kommen alle von der anderen Seite in einem Stück. Okay. So, ich gehe jetzt nochmal hier lang. Und gehe einfach mal nach vorne. Oh, da ist ein Hebel. Ui, ui, ui. Das kann lustig werden. Oh, oh. Oh, oh. Wir aktivieren gerade alles, Leute. Und? Boom. Achso, nee. Einen müssen wir noch umlegen. Hier, warte den. Warte. Okay, es ist ein bisschen schwer, muss ich sagen. Zumindest habe ich es jetzt nicht gleich gepflegt. Nee, das... Nee, 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 nee. Der Schalter muss hier wieder an. Dann schauen wir uns den Schalter hier an. Der macht genau was an. Genau irgendwas, was wir nicht brauchen, ne? Nee, nee, der macht hier das Blaue noch leuchten. Das ist super. Nee, also den hier können wir ja anlassen. Und den hier auch. Das Problem ist, wir bräuchten halt jetzt noch für oben einen Schalter. Genau, das ist der Schalter für oben. Super. Jetzt leuchtet ja alles, ne? Okay. Dann gehen wir hier jetzt mal weg. Betätigen wir den auch noch. Ach, der unten muss auch noch leuchten. Jetzt haben wir es. Nice. War gar nicht so schwer, ne? Es ist absolut unglaublich. Was passiert hier? Das wollte Gabriel uns zeigen. Das ist der Ordner. Es zeigt, wo sie jetzt sind. Schau, wir wissen nicht genug, wie das Ding funktioniert. Vielleicht ist der Amulet nur die, wenn sie auf der Grunde sind. Oder vielleicht ist es nicht, wenn sie in der Nieder. Wir müssen ausgehen, was wir wissen. Wir müssen Petra finden. Das Witherstorm ist immer noch da. Wir wissen, dass Gabriel uns etwas zu erzählen. Wir müssen uns finden, die Ordner der Stöhne finden. Aber es gibt nur zwei Blätter. Es gibt nur zwei Mitglieder. Es gibt nur zwei Mitglieder der Ordner. Er sagte, Sorin war es. Das bleibt Magnus oder Eligard. Wir gehen. Ich gehe nicht mit euch, Leute. Ich muss hier bleiben. Wenn ich weiß, Petra, sie macht wahrscheinlich alles, was sie kann, um dieses Ort zu finden. Sie ist noch da. Sie muss sein. Ja. Dann muss er hier bleiben, weil wenn Petra wirklich in die Zukunft ist, dann... Ich muss hier bleiben. Geh. Geh Hilfe. Ich fokussiere mich auf dieses Ort sicherer, bevor es die Nacht fliehen. Oh, diese Musik, ne? Das Tempel ist ziemlich großartig, though. Wenn wir eine Chance haben, um es fortifizieren, dann brauchen wir ein paar Hilfe. Wenn, uh, vielleicht ein von euch, ihr könnt ihr mit mir zusammenbleiben? Sieht, wie Olivia, dich völlig verletzt, während ich und Jessi sind nach Magnus finden. Finden Magnus? Du wirklich glaubst, das ist wie es geht? Wir brauchen Eligard. Sie ist der größte Enginheuer des Weltes. Sie wird herausfinden, um das Ding zu verhindern. Wir versuchen, ihn zu verletzieren. Und wenn es um die Destruktion ist, Magnus ist der Master. Du bist eine smarte Person, Jessi. Und natürlich, das smarte, was zu tun ist, ist, zu gehen Magnus. Ich... Ich denke, Axel meint Eligard. Magnus? Uh, nein. Ich glaube, ich habe nicht getan. Für sicher Axel meint Magnus. Jessi, das Punkt ist, du sollst zu gehen Eligards. Es ist die klare Wahl, um zu machen. Wir haben uns vorher für das, was Axel gesagt hat, entschieden. Ich kann sie jetzt nicht in den Stich lassen. Wir müssen nur ein bisschen... Du lässt Axel zurück. Ich hoffe einfach, dass sie sich vielleicht danach noch verstehen oder so. Das kann ja... Das kann ja alles passieren, ne? Man weiß es ja nicht. Ich werde es nehmen. Äh, Leute? Uh oh. So, das, liebe Leute, war, ich glaube, das komplette erste Kapitel im Minecraft Story Mode und jetzt schauen wir uns noch an, was nächstes Mal passiert. Wir haben uns in einem Ort von mechanischen Marvels, Redstone-Rarities, unglaubliche Maschinen, limitiert nur durch die Imagination ihrer brillanten Kreaturen. Während der große Sturm aufhört, konsumiert alles in ihren Wagen. Zeit ist weg für unsere intrepidsten Helden. Du und 55,8% der Spieler, hast du versucht, Pedro oder Gabriel zu retten? Ah, okay, hast du Lucas an den Kinder zu gehen? Ah, okay, das sieht man jetzt nochmal die Entscheidungen der anderen Spieler. Ja, ähm, das war die Episode 1, ähm, man sah zum Beispiel, äh, dass nur 38%, ähm, also geholfen haben, Gabriel auf der Flucht vor dem Widersturm zu helfen. Ähm, bei dem anderen war ich eigentlich sowieso immer über 50%, das war das Einzige und ich muss das aktualisieren, weil, ja, das ändert sich ja hier ständig, ne, weil auch gerade wieder so viele Spieler spielen. Und ich würde sagen, das war die erste komplette Episode 1, es gibt derzeit schon 5 Episoden, äh, wir sehen uns morgen bei der nächsten Episode, es wurde heute eine bisschen längere Folge, aber ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen, die hat mega, mega Spaß gemacht, ich hoffe einfach, dass die nächsten Episoden nochmal genauso geil werden, ähm, also ich glaube, das waren jetzt 3 Folgen insgesamt, das heißt, das sind dann, äh, ungefähr, ja, 3x5, ne, 15 Folgen. Und das wäre nicht so schlecht, äh, wenn das dann jeden Tag kommen würde und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumelei nach oben da, macht's gut, haut rein und ciao.